Der Boss ist ein cooler Typ. Ich finde auch, er sieht geil aus. Tattel sieht geil aus. Lanken, abonnieren, meinen Partner Charles Legends auschecken, macht den Papa glücklich. Was geht ab, der CEOs hier? Willkommen zu Robert McLehmann. Kollegah, das ist doch viel größerer Mist. Ja, es ist passiert. Ich habe es auf dem Thumbnail schon gesehen. Kollegah ist auf einen Elefanten geritten. Eine Sache, von der ich immer denke, dass man das weiß. Man reitet nicht auf Elefanten. Diese Tiere gehören nicht geritten. Das sind keine Reittiere. Es ist doch eigentlich nicht schwer, oder? Warum? Was zum Geier? Wir schauen kurz rein. Ach, was ist es schon wieder für ein Thema? Aber wir beschäftigen uns ja bei Mission Erde mit vielen Themen. Mit vielen wichtigen Themen. Ich mache mal einen Ticken schneller, oder? Ja. Das wird sich in Zukunft ändern. Ich glaube da fest daran, dass sich in dem Thema, was wir jetzt besprechen, dass sich da in Zukunft extrem viel ändert. Ich glaube fest daran, dass Menschen manchmal Dinge tun, weil sie unwissend sind. Absolut. Nicht ungebildet. Das möchte ich nicht sagen, sondern ich möchte sagen, dass manchmal Menschen Dinge machen, weil sie es einfach nicht besser wissen. So wie ich früher auch. So wie ihr alle. So wie ich früher Kippen weggeschnippt habe oder Fische gefangen habe. Machen Menschen eben manchmal dumme Sachen. Wichtig ist, dass man hinterher daraus lernt und dann sagt, Mensch, das war vielleicht irgendwie Mist. Habe ich nicht gewusst. Scheiße. Tut mir leid. Mache ich vielleicht irgendwann besser. Oder nicht mehr. Weil auch so das sich selbst eingestehen, da habe ich vielleicht irgendwie Mist gebaut. Das ist ja manchmal auch ganz wichtig. Kennt ihr das, dass ihr so unlogische Dinge habt? Also sowas wie, was ich zum Beispiel nicht kann, ist Müll auf den Boden werfen. Das kann ich nicht. Das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Manche können das ja so. Sachen aus dem Fenster werfen oder so oder auf den Boden werfen. Das geht irgendwie nicht. Also ich trage Dinge aber ganz lange bei mir und schmeiße es weg. Aber vermutlich kann ich aus meinem Leben ganz viele Beispiele finden, sodass ich Dinge kaufe in Plastik, die es auch ohne Plastik gäbe oder halt doch mir Fleisch hole, was mal minderwertig ist. Also ganz einfach bin ich bei der Tanke und sehe dann so Beefy-Produkte. So Beefy-Roll, Karazza und das ganze Zeug. Ich finde das so, das macht süchtig der Scheiß. Ich will das Zeug mal haben, obwohl es so ein Scheißfleisch ist und so ein Quatschprodukt ist. Aber man ist ja so, ich will es einfach haben. Oder Koffein, Alkohol generell und so ein Zeug. Also es gibt ganz viele solche Schwachsenssachen. Aber manche Dinge, da ist man irgendwie selber so, das geht nicht. Es wurde einem so als Kind beigebracht. Man wirft nichts auf den Boden. Und als Dorfkind kriegt es auch richtig Ärger, wenn du sowas machst. Ja. Ich kann alles nur bei Dingen, die verrotten. Gut, eine Bananenschale. Das glaube ich kriege ich noch hin. Aber es muss nur irgendwas sein. Papier ist schon super schwer. Papier geht schwer nicht, finde ich. So, wir reden jetzt über den Boss. Ich mag den Boss. Ich mag den Boss. Ich nicht. Ich kann mit Replix anfangen. Kollegah verstehe ich gar nicht, was da... Also bestimmt nicht schlecht als Rapper. Bestimmt ein guter Rapper, keine Ahnung. Kollegah, ganz genau. Ich mag den Boss eigentlich sehr. Ich finde, der Boss ist ein cooler Typ und irgendwie mag ich ihn. Ich mochte den bei seinem Auftritt bei Böhmermann und so. Der Kollegah ist ja kein... Der ist ja kein Dummkopf. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nur, dass er mal dieses Alpha-Scheiße da losgetreten hat. Du musst Alpha sein, sei kein Beta. War das nicht sogar Kollegah, der das als erstes so ein bisschen... Ich mag es gar nicht. So ein dummes Gelabern. Das ist schrecklich. Ich glaube, der Kollegah ist super smart. Ich habe einen Teil seiner Musik gehört. Finde ich auch ganz geil. Kann ich mich mit identifizieren. Finde ich geil. Der Boss ist ein cooler Typ. Ich finde auch, er sieht geil aus. Und ich mag auch, was er manchmal so sagt. Nicht alles natürlich. Tattel sieht geil aus. Und man darf auch nicht verwechseln, dass im Deutsch Rap ganz viel auch Show ist. Und nicht alle sind die ultra krassen Supergangster. Welche Frau würde ich einen Robert Mack Lehmann mehr als Partner mir wünschen als einen Kollegah? Kollegah absolut nicht. Das wäre der letzte Mensch, den ich als Freund haben wollen würde. Oder dessen, den ich meinen Eltern vorstellen müsste. So, das ist mein neuer Freund. Ach du Kacke. Da würde ich mir währenddessen den Boden versinken. So ein Prolet. Ach du Scheiße. Aber ich bin auch, ja, das hat natürlich meinen Geschmack. Jörg hat anderen Männer oder Frauen Geschmack. Wir dealen wirklich mit Drogen. Da schießen Leute. Das gehört alles zur Kunstfigur dazu. Aber der Kollegah gefällt mir schon. Ich möchte nicht sagen, ich bin Kollegah-Fan. Ich mag ihn. So. Was ich nicht mag, ist sowas. Das finde ich doof. Das finde ich wirklich Mist. Und ihr erinnert euch an mein Video zu Katja Grasawitze mit den Kanickeln. Wisst ihr, wisst ihr, was ich da gut fand? Wir haben uns das Video Onlyfans, ne? Ich hab einen roten Bands dank Onlyfans. Katja hat in dem Video, was sie gemacht hat, diese Kanickel getragen. Und auch ihre Mitstreiterin. Ich hab das kritisiert, wie auch einige andere auch. Da haben wir auch reagiert. Und Katja hat sich das zu Herzen genommen. Und sie hat in einem Interview mit Leeroy Matata, den kennt ihr bestimmt auch, ne? Ja, Leeroy. Und hat sie tatsächlich sich auch dann dazu geäußert und hat gesagt, ja, das war Mist und das werde ich nicht mehr machen. Und wichtig, was sie auch noch gesagt hat, sinngemäß, ne? Wir können uns das Interview jetzt nicht hier in der gänzlichen Länge anschauen, aber ihr könnt das einfach mal bei Leeroy Matata euch anschauen. Das geht, glaube ich, hier am Anfang los. Hör nochmal kurz rein. Ich hab das gerade noch auf Snapchat in den News gesehen. Ich weiß, was kommt. Weißt du, was kommt? Katja hat, ähm, was hat sie? Sie hat sich nicht geäußert. Ja, und irgendwann hat sie sich dann aber geäußert zum Vorwurf der Tierquälerei. Geht da mal rein, hört euch das mal an. Ist ganz interessant. Und auch, da muss ich sagen, Respekt an Katja, das hab ich auf Instagram aber auch schon gesagt. Geil, dass sie sich dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, war Mist, wusste ich nicht besser, weiß ich jetzt besser, mach ich nicht nochmal. Und ich würde, und das war der schöne Satz, sinngemäß, ich würde mir wünschen, dass sich das einige andere Menschen, nicht nur im Deutschrap, sondern überall in der Musikszene, auch annehmen würden. Und das fand ich geil. Das ist selbstreflektiert, das ist intelligent, das ist smart in die Zukunft gedacht. Und es kann ja nur jeder gewinnen. Nicht nur dein Image, sondern auch die Tiere, die Follower schafft, alle haben was davon. Tierfreundlicher zu werden, nachhaltiger Umweltschutz oder tierschutzgerechter, hat immer nur Vorteile. Das hat nie einen Nachteil. Niemand wird das Video bescheuert finden, weil keine Hasen drin sind. Niemand wird ein Video von Kollegah blöd finden, weil kein Elefant drin ist. Niemand wird ein Video von Kontra K beschissen finden, weil kein Tiger drin ist. Man mag ja die Mucke. Man mag geile Autos, man mag geile Typen, Frauen, wen auch immer, geile Kostüme, geile Tanz-Performances, Jet-Skis in Pools, whatever, keine Ahnung, mir egal, das mag man alles. Aber die Schwierigkeit liegt bei den Tieren. Und das ist jetzt nicht wieder der ultragroße Kritikmeister, der den Finger hat. Ich würde generell bei Tieren immer sagen, das ist so, da muss man so ultrakrank aufpassen, weil wenn du da was falsch machst im Internet, es gibt immer einen, der es besser weiß und der würde dich darauf hinweisen. Und wenn du irgendwas richtig krass falsch machst, kriegst du zu Recht dann auch dein Fett weg. Also da würde ich sowieso immer aufpassen. Ja, aber bei vielen Dingen ist das ja so. Erhebt. Und es ist lediglich ein, warte mal, da müssen wir kurz drüber reden. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund der Tiere und ich fand gut, was Katja gemacht hat. Und immer mal wieder ganz interessante Interviews, wenn man sich dann auch mit den Leuten beschäftigt, was der Leeroy so aus den Leuten rauskitzelt. Anyway, schaut es euch an, geht rein. Danke nochmal, Katja, für dein Statement dazu. So, als ich das gesehen habe vom Kollegen, vom Boss, habe ich sofort runtergeschrieben, sinngemäß, kein Boss der Welt reitet auf Elefanten. Und PS, ihr seht es hier an der Zitze, ist eine Elefantenkug. Ja, ich habe das Bild gesehen und dachte, Mann, das ist doch scheiße, Mann, Kollegah. Das war so, Mann, Kollegah. Och nee. Aber ich glaube, bei aller Intelligenz, die ich Kollegah zumute, ich glaube, er weiß es nicht. Ich glaube, er weiß nicht, was es bedeutet, dass ein Elefant dich auf den Rücken nimmt. Ich glaube, das weiß er nicht. Dann würde er das nicht machen. Weil ich glaube, Kollegah ist tief in sich drin, ein geiler Tierlieber Mensch. Und das Video, um das es geht, ist hier von Sayed, Kollegah, Memento Mori. Wir checken das mal ganz kurz aus. Guckt euch mal die Szene an. Sollte ich jemals das Zeitliche segnen, wird es auf der ganzen Welt gleichzeitig regnen. Ich finde, das ist einer von den Deutschrappern, die es wenigstens auch können. So, die Szene in dem Video mit dem Elefanten, die finde ich einfach Quatsch. Und ich möchte euch jetzt gerne zeigen, was es bedeutet, auf einem Elefanten zu reiten. Also ich weiß nur, Elefanten sind hochintelligente Tiere, sehr soziale Tiere und haben auch sehr viele Züge, die sie sehr menschlich machen. Also zum Beispiel, dass wenn ein, man kennt es ja, also die Geschichten, die auch wahr sind, wenn ein Elefantenjunges stirbt, wartet auf die Mutter, also bleibt die Mutter neben ihrem Kind, trauert bei dem und es ist ihr egal, dass die Herde weiterzieht, weil sie will den beerdigen, glaube ich sogar. Ich glaube, Elefanten beerdigen sogar ihre, ich glaube, die graben sogar ihre, die graben sogar die Leichen ein sogar. Also voll krass. Und ziehen danach, so ich komme danach, so gebt ihr schon mal vor, ich muss kurz hier trauern. So, und das ist etwas, was viele Tiere nicht machen. So, einfach aus reiner Überlebenstrieb und so weiter. Und Elefanten ist ganz viel, es gibt so vieles, so Elefanten sind auch einanderlegend Tiere, die weinen können. Und noch vieles mehr, es gibt so viele Dinge, die sie unfassbar menschlich machen und somit finde ich es auch verständlich, dass viele Menschen, Leihenschwiese wegen dieser Menschlichkeit, diesem Wesen mehr Intelligenz zumuten, weil ich bin sowieso immer ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Facts, wie schlau ein Wesen wohl ist und wie nicht. Das ist ja alles immer so, wie willst du Intelligenz untersuchen, also wie schlau ein Tier wirklich ist. Man kann natürlich, also zum Beispiel gibt es jetzt den Fakt, dass Katzen nicht so schlau sind wie Hunde. Das heißt, Hunde sind schlauer, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aus meiner Sicht als Hunde und Katzenbesitzer gleichzeitig. Hunde haben halt viel mehr Dinge, es sind halt menschengebundener. Also klar können die besser Befehle lernen, können mehr auf Gestik, Mimik achten, also soziale Intelligenz, so was Menschen für intelligent halten. Klar, merkt man bei Hunden viel mehr, aber vielleicht denken, sind Katzen noch viel schlauer, vielleicht sind Hunde einfach nur emotionsgesteuert und denken überhaupt nicht nach. So, also was weiß ich, so das ist halt, so zu sagen, wie schlau ein Wesen ist, ist sehr schwer zu beurteilen, weil eine Größe des Gehirns ist ja, ist es nicht. Also es gibt ganz riesige Gehirne, es gibt Wale, es gibt nämlich Wale, die haben keine Ahnung, wie zwei Meter Gehirne oder so, sind deswegen nicht schlauer als wir. Und es gibt Wesen, die haben sehr kleine Gehirne, sind nicht unbedingt dümmer als ein anderes Tier. Also das ist halt sehr schwer zu untersuchen, finde ich persönlich. Also da ist immer so, aber bei Elefanten merkt man schon, da sind Dinge da, die haben nichts mit Natur zu tun, die denken da, die trauern da, ich trau denen sehr viel zu an Intelligenz. Und wie man einen Elefant überhaupt dahin bringt, dass er einen auf einem reiten lässt, weil Elefanten sind grundsätzlich, ich hab schon... Und by the way, vergiss diese Facts mit, irgendwie Fische können nur drei Minuten, Gedächtnis, vergessen alle zwei Sekunden, irgendein Quatsch, nee, Fische können auch lernen. Fische sind nicht dumm. Also die sehen nur sehr dumm aus, aber die sind keine dummen Tiere. Und also da auch mal ganz wichtig nochmal. Viel in meinem Leben mit Elefanten zu tun gehabt, ich hab ja selber in Kenia gelebt, ich hab fast täglich dort mit Elefanten zu tun gehabt. Ich beschäftige mich nach wie vor mit denen, ich werde mich auch dieses Jahr viel mit Elefanten beschäftigen, das werdet ihr dann hoffentlich dieses Jahr noch sehen. Der Juni und Juli werden zwei große Elefantenmonate bei mir. Es sind Tiere, die ich sehr mag und die ich schon als Kind mochte und man lernt über Elefanten. Es sind eigentlich zurückhaltende Fluchttiere. Also Elefanten suchen nicht die Konfrontation. Elefanten sind eigentlich eher zurückhaltend, folgen immer einer großen Elefantenkuh. Und der intelligentesten, dem ältesten Weibchen der Gruppe, das sollte man sich in einigen Ländern vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht den ältesten, intelligentesten Weibchen die Führung überlässt. Dann gäbe es nicht so viel Stunk auf der Welt. Aber gut. Jetzt was dran. Elefanten lassen niemanden gerne auf sich reiten. Das ist ein großes Problem. Aber es gibt viele Elefanten, die auf der Welt geritten werden. Und bis du den da hast, wo du den Elefanten haben willst, dauert es eine Zeit lang. Und wir gucken uns jetzt ein paar Videoausschnitte an. Triggerwarnungen für die, wie gesagt, die zarter beseelt sind als ich oder... Ich bin gespannt. Aber ich war Triggerwarnungen auch an euch. Ich fand Riesus Aussage zum Einsetzen von Tieren in solchen Medien gut. Er ist fest davon überzeugt, dass Gesellschaft in der Zukunft ebenso unverständlich auf uns zurücksehen. wird, wie man Tierwohl für solche niedrige Gründe ignorieren konnte, wie das Sklaverei-Zeit darauf zurückblicken. Ich würde es dir wünschen, aber am Ende muss ich überraschen, dass es rauskommt. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Ich weiß nur, dass es uns halt gut geht. Je besser es uns geht, desto mehr Gedanken können wir uns um unsere Umwelt machen. Wenn es zum Beispiel Krieg ausbricht, wäre das wieder ein Schritt zurück. Das merkst du auch bei allen Arten von Kriegen. Wenn irgendwo sehr viele Menschen gestorben sind, wenn man die Welt wieder aufbauen musste, war das immer ein unglaublicher Wissensverlust. Und auch sozial ging oft vieles dann flöten, weil man erst mal wieder auf sich gucken musste, um sich erst anderen Dingen zu widmen. Deswegen würde ich mir eigentlich diesen Wohlstand der Erde total wünschen, dass alle Menschen an sich keinen Hunger mehr leiden müssen, keinen Krieg mehr dulden müssen, alle Menschen Rechte haben, weil dann kann man sich um diese ganzen Dinge mal kümmern, über die man sich schon längst hätte kümmern müssen. Weil es ist schwer, sich um Sklaverei zu kümmern, wenn du selber dabei bist, halt deine Familie komplett zu ernähren und wirklich sagst, ich weiß gar nicht, wie ich den nächsten Tag überlebe. Dann kannst du dich für sowas gar nicht kämpfen. Man kann auch nicht sich für Frauenrechte stark machen. Das ging auch erst in den 50er Jahren, weil es dann in Amerika mal so weit war, dass eben gewisser Wohlstand da war, dass man sich über solche Themen beschäftigen kann, dass hier was einfach nicht okay ist. Aber ja, also ich bin sehr gespannt. Ich würde es mir sehr wünschen, dass die Menschheit das irgendwie alles gebacken bekommt, obwohl man manchmal schon, manchmal wird man schon sehr skeptisch. Einige andere. Ihr müsst ja wissen, ob ihr euch das antun könnt. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, mal darüber zu reden. Das hat was mit Tiertourismus zu tun. Das hat was allgemein mit Elefanten zu tun, sei das jetzt im Zoo oder auch in Zirkussen. Es geht also um Elefanten, die eine Dienstleistung für den Menschen erbringen müssen. Das machen die nicht freiwillig. Da gibt es immer wieder auch schöne Videos aus Indien oder so, wo so ein Elefant auch mal durchdreht und das Ganze durft zerlegt, weil es ihm einfach reicht. Denn bis ein Elefant einen auf den Rücken lässt, dauert es Monate bis Jahre, in denen man den Willen dieses Elefanten brechen muss. Und mit brechen meine ich brechen. Und so groß Elefanten auch sind und so groß ein viereinhalb Tonnen schwerer Elefantenbulle dasteht und als mächtigster Meister an Land rumläuft, so unfassbar sensibel sind die auch. Das sind eigentlich die krassesten Sensibelchen, die ich so im Tierreich getroffen habe. Aus Gründen. Und ich möchte, das muss ich vielleicht nochmal voranschicken, man kann nicht alles verallgemeinern. Man kann nicht sagen, der Elefant, auf den der Kollege da geritten ist, der wurde so behandelt. Oder den ist das widerfahren. Das war ja auch ein offensichtlich afrikanischer Elefant. Wir reden überwiegend über asiatische Elefanten. Das ist ein großer Unterschied. Nicht jeder Elefant, auf dem geritten wird, wird sicherlich so behandelt. Aber es ist ein Tier, was man meines Erachtens nach nicht reiten sollte. Man sollte sowieso meiner Meinung nach keine Tiere reiten. Ich bin ja da eh sehr schwierig. Wer meinen Reitpodcast schon gehört hat, weiß eh, wie ich dazu stehe, dass ich das alles sehr, sehr schwierig finde. Aber der Elefant ist nun mal kein domestiziertes Tier wie ein Pferd. Es ist und bleibt ein Wildtier, auf dem man nicht reiten sollte. Weil wir gucken uns jetzt an, was das bedeutet, auf einem Elefanten zu reiten. Das, was ihr da seht vom Mahut, von dem Menschen, der den Elefanten betreut, das ist der sogenannte Elefantenhaken. Das seht ihr auch bei einigen Zootierpflegern. Hashtag Zoo Hannover, Skandal und so weiter. Also ein Pieker und ein Haken in einem Stock. So sieht er aus. Der Elefant wird damit gepiekt, überwiegend in den Achseln oder in den Kniekehlen. Und mit dem Haken an den Ohren oder auch Achseln, Kniekehlen, Brustbereich und so weiter eingehakt und gehandelt. Es sind, obwohl sie Dickhäuter heißen, haben sie eine extrem dünne, sehr empfindliche Haut. Deswegen gehen sie auch ständig schlammbaden. Und sie sind sehr sensible, super empfindliche, absolut krasse Familientiere. Genau wie Orcas. Selbe Familienstruktur. Und die von der Herde zu separieren, wegzufangen, als kleine Babys einzeln zu halten und deren absolut krassen Willen zu brechen, zurück zur Herde zu gehen, kostet enorme Kraft und unfassbar viel Folter diesem Tier gegenüber. Das ist das, was in den Kulissen stattfindet, Freunde. Immer abseits von den Sachen, die man sieht. Und kein Kollegah, kein Boss der Welt heißt sowas gut. Garantiert nicht, wenn er das wüsste. Weil, ganz im Ernst, Kollegah, du bist der Boss. Du hast auch eine ganz hohe Verantwortung. Und du bist kein Tierquäler-Boss. Du bist ein geiler Boss. Kein Boss der Welt heißt diese Scheiße gut. Und ich glaube, wenn du das siehst, wirst du dich schämen, dass du auf einem Elefanten gesessen hast. Da bin ich mir sicher. Aber man kann es auch wieder gut machen. Und das ist das Schöne daran, Freunde. Man kann seine Fehler immer wieder gut machen. Und Boss, ich bitte dich darum. Bitte, bitte, lass den Quatsch. Mach dir Gedanken darüber. Und vielleicht hast du ja Bock, dich zu äußern. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und beschäftige dich mit dieser Thematik, weil das ist immer nur so eine Ego-Geschichte. Ich kenne das. Ich war auch so. Ich war genau so. Ich bin kein Gutmensch. Ich bin nicht besser als alle anderen da draußen. Überhaupt nicht. Ich war genau so ein Arschloch. Aber ich weiß heute einige Sachen besser, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und weil ich Menschen hatte, die mir den richtigeren Weg gezeigt haben. Das gehört dazu, bis der Elefant sich auf den Rücken jemanden steigen lässt. Du musst den Willen des Elefantes rächen. Ich glaube, es ist klar geworden und man hat, glaube ich, deutlich gesehen, dass der Elefant tatsächlich kein Tier ist, auf dem man reiten sollte oder den man für Musikvideos missbrauchen sollte. Es ist einfach... Es ist nicht richtig. Und ich glaube, dass all diese Rapper da draußen... Und ich bin ein großer Fan von euch allen. Ich bin ein großer Deutschrap-Fan. Ich mag es wirklich sehr. Ich höre es gerne und finde es geil. Aber niemand braucht in euren Videos die Tiere. Denkt doch immer bitte an die Tiere. Deswegen mein Aufruf an den Deutschrap. Und dafür könnt ihr mich hassen, beleidigen und bedrohen. Aber wenn ihr dafür was mit den Tieren unterlasst, dann wäre ich glücklich. Aber ich glaube, Kollegah ist ein korrekter Typ, der, wenn er da mal drüber nachdenkt, auch von ganz alleine drauf kommt. Ich wollte nur hier einen kleinen Gedankenanstoß geben in die Szene mal wieder rein. Bitte, liebe Rapper, macht euch Gedanken. Keiner braucht die Tiere. Und tut uns allen einen Gefallen und vor allen Dingen diesen Tieren. Und denkt darüber nach, was ihr tut. Absolut. Also ich persönlich bin... Also ich tue mich mittlerweile sogar richtig schwer, in einen Zoo zu gehen. Weil ich den Zoo mittlerweile, so traurig wie es klingt, ich kann ihn nicht mehr genießen. Weil ich ganz oft darüber nachdenken muss, ist es gerade gut, was ich hier sehe oder nicht. Es gibt Ausnahmefälle, da bin ich so, ja passt schon. Aber gerade bei München haben wir zum Beispiel Eisbären. Und ich weiß nicht, was Eisbären in München zu suchen haben. Das ist irgendwie falsch. Das kann ich irgendwie nicht. Wow, ein Eisbär. Es geht, ging das total so. Wow, cool, cool. Da waren wir halt so Kinderaugen, hat man die ganze Welt da ertastet. Und war cool, war das Giraffen zu sehen und Elefanten und sowas. Aber mittlerweile diese Mini-Gehegen und irgendwie diese wilden Tiere, die eigentlich ja nicht sein sollten. Und ich frage mich so, ja, ist es wirklich notwendig, dass ich da 8 Euro oder 12 Euro oder 20 Euro Eintritt zahle? Und dann gucke ich mir diese wilden Tiere an und gehe wieder. Ist das wirklich... Ist das gut? Ich weiß es nicht so. Ich habe mich jetzt auch nicht krass informiert. Aber irgendwie genieße ich es halt schwerer. Und ganz komisch fand ich immer Zirkus... Also Zirkusse... Ist Mehrzahl von Zirkus Zirkusse? Klingt wie falsch. Ziricken? Egal. Einen Zirkus mit Tieren fand ich auch immer ganz komisch schon, weil Tiere... Also... Also ich liebe Akrobaten, so Menschen, die geilen Scheiß machen. Das machen die ja von sich aus hoffentlich aus voller Überzeugung. Arschgeile Nummer. Gucke ich mir gerne an. Aber Tieren, klar kriegen die ein bisschen Happa-Happa im Nachhinein und haben ein ganz lustiges Leben auf irgendeine Weise. Kein Leben, wo sie von Jäger weglaufen müssen. Aber die begreifen das Ganze ja überhaupt nicht. Und auch das fand ich dann immer so ein bisschen schwierig. Und gab es ja auch unglaublich viele Skandale im Zirkus mit Bären, die tanzen, die ja nicht einfach nur auch komplett kaputt gemacht worden sind. Also bei Tieren, irgendwie da bin ich immer mehr Fan davon. Lass die Finger komplett davon. Beim Pferd lasse ich mir noch einreden, okay, das Tier ist mittlerweile so weit weg von einem Wildtier, das hat man wie einen Hund halt hingezüchtet, dass es einfach ein Reittier geworden ist. Aber auch da frage ich mich immer wieder, also ich kann kein Pferde-Fan sein oder ein Reit-Fan. Das geht nicht. Weil für mich ist es einfach irre, dass ein Wesen existiert, nur noch dafür, für Reitsport und für halt Menschen, die halt Lust haben, auf dem Pferd zu hocken. Aber ein Pferd ist weder Nutztier noch essen wir das Tier. Es ist nur noch dafür da, dass sich Menschen da drauf schwingen und im Kreis mit dem laufen oder ein bisschen durch die Prärie gehen und so. Und klar, ich weiß, ein paar werden sich voll angesprochen fühlen und sagen, was sollst du mir? Ich habe hier mein bester Freund ist mein Pferd. Wir sind total glücklich zusammen auf unserem Hof und wir reiten aus. Es gibt tolle Beispiele natürlich, wo ich sagen muss, okay, da sehe ich kein Problem darin. Aber manchmal ist halt irgendwie der Gedanke halt voll verwirrend, was Tiere eigentlich für eine Rolle noch spielen auf dieser Erde. Und vor allem, wie von Jahr zu Jahr es immer weniger dieser Wildnis noch existiert und ob die Zukunft wirklich das ist, dass in 50 Jahren sowas wie Wildnis und wilde Tiere nicht mehr existieren, sondern auch der Mensch und dann halt Spaß aus Spaß und als Nutz, als Essensgut, als Produkt das Tier noch irgendwie nebenbei existiert. Und das ist nun mal so. Vielleicht ist das normal, vielleicht ist es die normale Welt, die normale Entwicklung des Lebens, dass ein Spitzenpredator, der Mensch in dem Fall, alles kontrolliert eines Tages und dann das Ganze dann mit einer ganzen Ausrottung endet, dass der Mensch sich dann immer selbst ausrottet und das Leben muss von vorne beginnen. Eventuell ist es ein ganz natürlicher Zyklus und wir machen uns viel zu viele Gedanken, kann ja sein. Aber irgendwie würde ich halt es wenigstens versuchen als Menschheit zu sagen so, lass doch mal die Natur austricksen und wenn es wirklich ein Zyklus ist, den zu durchbrechen, zu sagen, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir alles im Gleichgewicht halten, dass wir so clever sind, dass wir den Zyklus aufhalten, dass wir ewig existieren immer mehr dazu lernen können und irgendwann interplanetar uns bewegen und viele Planeten kontrollieren, ganze Sonnensysteme kontrollieren, eines Tages mehrere Sonnensysteme kontrollieren und wirklich einfach eine ganze erfolgreiche Spezies ist, die gecheckt haben, wie es funktioniert, das Leben und Rechte und alles drum und dran. Aber pff, klingt sehr utopisch aus der herzigen Sicht. Momentan ist alles noch sehr, sehr, also momentan hier hat der Mensch jetzt ein Parasit auf diesem Planeten. Diese Ansicht scheint realistischer als die andere, als diese Utopie, die ich halt meinte. Aber ich würde es wünschen, ich würde es echt cool finden, dass Rezos Theorie oder dass halt eben das Vieles, was wir jetzt momentan kritisieren, dass es in 50 Jahren absolut undenkbar ist, dass meine Enkel sagen, Opa, was war denn damals los? Wie konnte es sein, dass das und das und das noch normal war? Wie konnte es sein, dass du Fleisch gegessen hast? Oder kamst du dir nicht dumm vor, dass du, wenn du in dein Auto gestiegen bist, es Brumm gemacht hat und dann haust du da hinten Dreck raus, ist jetzt rumgefahren? Fand ich das nicht komisch, dass dann überall so Smog war und da durch Krankheiten entstanden sind. War das nicht eigenartig? Und ich sage, nein, war es nicht, weil es war für uns damals normal, ein Auto Brumm zu machen und schon als kleine Kindheit hat er mit dem Mini-Lego-Auto Brumm gemacht, weil es so normal war. Und, ey, keine Ahnung, so. War es nicht komisch, selber zu lenken? Ist es sich arschgefährlich gewesen? Ja, war gefährlich, aber bei uns war das, es ging nicht anders. Wir mussten selber fahren. Autonomes Fahren war doch nicht erfunden. So, wir schauen rein, äh, ich bin wieder so lost. Dankeschön an das Video von Robert. Immer wieder interessant, sich über so etwas Gedanken zu machen und Aufklärung ist das Beste, was es gibt, weil nur damit bewegt man eigentlich überhaupt irgendwas. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Es kann nicht genügend Aufklärung geben über alles Mögliche. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gerne mal eure Meinungen zu meinen wirren Gedanken. Aufklärung.